So, wer kommt denn als nächstes zu mir? War das mein Bauch? Oh mein Gott, ich muss es mal sehen. Also, wen haben wir denn hier? Okay. Lovely. Und zwar eine Beauty Spa. Mit Stern hier. Und dann bei Extras. Oh, hi. Hi. Hi, mein Loveless. Hi. 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 Oh, schön, dass du da bist, mein Lovely. Machst du dir gemütlich, machst du dir bequem und herzlich willkommen in deinem Beauty-Sleep-Hotel. Ich habe schon alles für dich vorbereitet. Und ich hoffe, dass du heute richtig entspannt einschlafen kannst. Ich habe schon gesehen, du hast heute eine extra, extra Behandlung gebucht. Ja, magst du mir nochmal sagen, was du alles gebucht hast, damit ich das kurz, ja, checken kann, ob ich auch wirklich an alles gedacht habe. Ja, wir haben natürlich auch ein Begrüßungsgetränk für dich, na klar. Steht hier sogar schon neben mir. Das bekommst du gleich direkt als nächstes. Erzähl mal, was wünschst du denn heute so? Ja, es gibt auch ein spezielles Kissen für die Nacht, natürlich. Ein Kuscheltier inklusive Kissen. Es gibt auch noch eine Osterüberraschung für Ostern, ja klar. Eine spezielle Gesichtsbehandlung habe ich auch geplant. Da will ich aber noch gar nicht so viel verraten. Und dann musst du dich auf das Erlebnis gleich einfach einlassen und drauf freuen. Ja, perfekt. Dann passt auf jeden Fall alles genauso, wie du gebucht hast. Das freut mich sehr. Wie war denn dein Tag heute? Okay, verstehe, ja. Ah, ja, okay. Extra Portion und Spannung bekommst du. Erstmal gibst du einen Schluck Tee. Oder möchtest du lieber einfach ein stilles Wasser? Lieber Tee? Sehr gute Wahl. Hier kommt dein Begrüßungsgetränk. Mit deinem Namen drauf kannst du es lesen. Ja, das ist nur. L-O-V-E-L-Y. Lovely. Bitte schön, bring mal einen Schluck. Du musst container raten, was das für ein Tee ist. warte, ich glaubst, das ist zu warm warte nee, ist wirklich genau richtig kannst du trinken keine Sorge, das war nur ein Test ob du dir die Lippen verbrennen könntest aber alles super ja ist einfach viel zu lecker und zwar ist das ein Special Calm and Relax Tee ein Kräutertee zum entspannen ja ich stell die Tasse mal neben dich wenn du es brauchst, melde dich es geht weiter jetzt kommt er hin kuschelt hier was du heute Nacht bekommst muss ich noch ganz kurz geben und zwar ist das tatsächlich auch ein Kissen ja sieht zwar klein aus aber glaub mir da passt dein ganzer Kopf drauf wow ein richtiger Zausel würde ich mal sagen ich glaube, dir kenne ich gleich auch noch die Haare darf ich okay, perfekt dann gebe ich dir hier mal Bluli ich überreiche dir Bluli bei dir ist ein guten Händen kannst dich richtig schön gemütlich drauflegen und deck dich auch richtig schön zu okay dann gebe ich dir jetzt auch schon die erste Osterüberraschung und zwar ist es ein Osterei und für jeden Punkt den du hier drauf siehst darfst du dir etwas wünschen und ich drücke dir ganz toll die Daumen dass die wünscht dann bis nächstes Jahr Ostern alle in Erfüllung gehen werden was glaubst du wie viele Punkte da draußen sind ja ich glaube mehr als zehn oder vielleicht sechzehn okay gebe ich dir mal dein Glücksosterei für dich so dann gebe ich dir ganz kurz die Haare du merkst schon alles so richtig im Oster im Osterfieber hier okay okay Ich komme deine Haare noch ein bisschen zurück. Sehr gut. Perfekt. Und jetzt würde ich gerne einmal einen kleinen Hautcheck machen. Eine kleine Hautanalyse mit diesem Licht hier. Am besten machst du einmal deine Augen zu und ich werde einmal mehr ein detailliertes Bild von deinem Gesicht machen. Ich schaue einmal hier auf deiner Fahne auf der rechten Seite. Okay, sehr gut. Und auf deiner Stirn. Ja, aussieht auch alles sehr gut aus. Weiter runter. Einmal die Nase. Einmal nach oben schauen, bitte. Dann schaue ich einmal so auf den Hals. Okay, okay. Halt sieht auch gut aus. Einmal kinn. Einmal gerade schauen. Ja, sehr gut. Jetzt einmal die andere Seite. Okay. Die Stirn. Okay. Und hier die Seite. Schläfer. Wange. Sieht gut aus. Ja. Ja. Wie eine kleine trockene Stelle. Wie sieht es bei den Lippen aus? Auch ein bisschen trocken. Kein Problem. Und ich glaube, deine Wimpern werde ich auch einmal kennen. Deine Augenbrauen auch. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Perfekt. Dann werde ich dir jetzt erstmal ein ganz warmes Tuch auf dein Gesicht legen. Für 15 Sekunden. Du kannst ganz ruhig einmal die Augen schließen. Ich werde ganz langsam runter zählen. Und danach werde ich dir den ganzen Stress und die Sorgen wegzupfen. Okay. Also ich lege das mal ganz vorsichtig auf dein Gesicht. Das wird gut tun. So. Okay. Okay. Und ich zähle jetzt ganz langsam runter. So. 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 Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Und ich werde ganz vorsichtig von deinem Gesicht nehmen Ja, es ist richtig schön weich jetzt und warm Ich hoffe, das war okay für dich, war das entspannt Ja, okay, sehr gut Dann werde ich dir jetzt ganz kurz einmal alle bösen Gedanken wegzupfen Alles, was dich nervt Alles, was dich gerade belastet Alles, was dich stresst, was dir Sorgen bereitet, werde ich ganz vorsichtig wegzupfen, okay Und du kannst mir erstmal alles sagen, was dich gerade nervt Alles, was du aussprichst zupfig weg Und dann puste ich das ganz weit weg von dir Okay? Ja, okay Ich befreue dich auch ein bisschen von den ganzen Sorgen Ich hoffe, das klappt Dann schieß mal los Lecker Lecker Sehr gut Lecker Lecker Ja Lecker 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 Ja, genau Lecker 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 Alles, was dich nervt und stört Lecker 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 Weit weg damit, ne? Wir werfen die Sorgen über Bord Wir werfen die Sorgen über Bord Aus welchem Lied kann das nochmal? Und werfen die Sorgen über Bord 2, 3 und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich Dschungelbuch, oder? Ja Ja, genau Wir schmeißen die Sorgen über Bord Okay Weiter geht's Blecker 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 Gut, machst du das? Irgendwas, was dir noch auf der Seele brennt, was du loswerden musst Okay Blecker 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 Gut, machst du das? Und damit auch wirklich alle bösen Gedanken verschwinden, werde ich einmal vorsichtig mit diesem schicken Pinsel über dein Gesicht brushen Dann bleiben die Sorgen hoffentlich fern Jetzt kannst du mal richtig tief ein- und ausatmen, alles wird gut Du kannst dich jetzt voll und ganz ruhig konzentrieren Und du darfst jetzt auch entspannen quand Na Okay Warte keine Sorgen Alles wird gut. Okay? Du bist absolut richtig so wie du bist. Mein Lass milieu Du darfst so sein, wie du bist, solange du mit dem, was du tust, niemanden weh tust, mit dem, was du tust, niemanden Schaden zufügst, darfst du einfach genauso sein, wie du bist, okay? Alles wird gut, perfekt, dann mache ich dir jetzt noch ein bisschen Öl drauf, für den Glove. Hallo, 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 hallo. Ganz potopend, ja. Ganz potopend. Perfekt, Upsi. Okay, du hast noch einen Tropfen verloren und jetzt werde ich damit mal ganz vorsichtig dein Gesicht einreiben, okay? Okay. 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 Perfekt, richtig gut an dein Gesicht, so. Ja, sehr gut. Gut, dann gehe ich einmal ganz kurz noch mit diesem Stein über dein Gesicht, weil es so schön kalt ist, oh la la, das tut gut, okay, ein bisschen unter den Augen und wasser. Wow. ein bisschen lipgloss schau mal nicht mal das letzte Mal mit roten Lippen da drin vielleicht geht das ja ein bisschen weg wenn ich danach ein bisschen drüber packe nee, bleibt rot egal, nicht schlamm einmal so, ja perfekt, sehr gut und jetzt wollte ich deinen Augenbrauen und Wimpern noch ein bisschen was Gutes tun indem ich einmal ein bisschen mit diesem Silikon Silikon mit dieser Silikon-Wimpernbürste einmal durchgehe, okay? okay An der anderen Seite. Und den Fimpen. Und den Fimpen. Perfect. Richtig gut. Sehr gut. Und jetzt, mein Liebling, werde ich zum Abschluss noch einmal mit dem Pinsel über dein Gesicht streichen, beziehungsweise über deine Augen. Gibt es ein Kinderlied, das du kennst? Ein Kinderschlaflied? Vielleicht könnte ich dir eins vorsummen, wenn du möchtest. Überleg mal. Lali, Lu, nur der Mann im Mond schaust. So, kennst du das? Ich könnte das vielleicht zum, wenn du Lust hast. Ich guck mal, welches mir gleich einfällt. Erstmal kannst du die Augen schließen. Und ich geh ganz vorsichtig und langsam mit dem Pinsel über deine Augen. Und dann summe ich dir ein Schlaflied vor. Schlaflied. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Um, um, um. Um, 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 um. I hope they can still leave my left. Love you. Sweet dreams. Sweet dreams. My lovely. Wenn du noch wahr bist, kannst du dir hier mein letztes YouTube-Video anschauen. Hier findest du eine Playlist mit vielen weiteren Videos von mir. Oder du willst mein YouTube-Mitglied werden für ein extra Video im Monat. Und hier kannst du dich einfach überraschen lassen. Viel Spaß, hab dich lieb. Bye, bye. Bye.